jetzt geht's los findet den passenden klan jetzt ist es einfacher als je zuvor den perfekten klan für deine bedürfnisse zu finden verbessere dein klan erlebnis los ja dann wollen wir das klan erlebnis verbessern und damit aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ich bin heute natürlich auf einen tolle wurst wenn man da klickt sehr schick okay man kommt auf ein video alles klar man kommt auf ein video das wollte ich mir aber jetzt nicht anschauen das habe ich nämlich schon gesehen also guckt euch das video ruhig an wenn ihr dort klickt ihr findet das video aber auch auf der offiziellen seite von clash of clans und ich bin heute auf dem barfuß account denn der ist tatsächlich clan los mit dem war ich in einem clan bei den best clashern die ndl spielen eine sogenannte no dip league only rathaus 9 und deswegen die machen im moment nichts da bin ich dann wieder rausgegangen um mich hier mal am markt zu präsentieren aber wir können uns mal auch glaube ich die anderen änderungen anschauen also wenn wir hier klicken dann wissen wir mittlerweile dass es etwas neues gibt nämlich das oktober update ist da und es gibt mit dementsprechend auch neue ereignisse meistens immer so lange wie das event geht nämlich 15 tage ist jetzt schon ein bisschen was rum ich bin jetzt mal wieder ein bisschen zu spät aber besser zu spät als nie und wir haben natürlich auch eine neue truppe den königsgeist hier den werden wir auch mal benutzen denke ich mal genieße die unheimliche zeit mache mit süßes oder saures morgen mal sterne bonus gibt es und die kommende ereignisse sind die clanspiele und die clankriegs legen an der stelle und ich habe jetzt schon mal eben geguckt aber ich habe es noch gar nicht gefunden das neue hindernis mit dem barfuß hier baue ich auch immer da unten ist es da unten ist das ist okay das ist das neue hindernis mit den kleinen was ist das ein kleiner rabe ist da drauf aber wenn man da glaube ich drauf klickt dann macht das nicht so ein hui buh geräusch es gibt auch wenn auch wenn man das spiel startet gibt es noch kein halloween start screen die musik ist da viele freut das ja dass jetzt wieder ein bisschen halloween musik da ist aber so richtig das halloween feeling kommt hier noch nicht auf vielleicht verändert supercell das startbild ja auch noch so dass wir auch wieder ein halloween start bild haben und dass die hindernisse hier zumindest wer macht hier nur so ein knack-knack-geräusch mehr nicht also als wenn man so gegen so einen baum tritt die anderen waren immer noch ein bisschen besser kuseliger kürbis und so aber vielleicht findet sich da ja auch noch ein passender sound was hat sich sonst noch verändert es hat sich natürlich verändert wir haben kein global mehr jetzt beitreten ich muss jetzt ach so ja ich habe es gibt ja kein global mehr ich muss ja einen klaren beitreten okay ich muss einen klaren beitreten und so sieht das jetzt aus aha so sieht das jetzt aus ich habe auch einen klaren schon mal modifizieren können mit jemanden nämlich den klaren deutschland den gucken wir uns auch an ich glaube den habe ich hier eigentlich in den lesezeichen oder habe ich den ja den habe ich in den lesezeichen also die sind was sind die denn eigentlich die sind entspannt okay die sind freundlich okay und die sind klaren kriegsliga okay okay aber wenn ich jetzt gar nicht klaren kriegsliga machen möchte sondern nur klaren krieg spielen die auch wohl nur klaren krieg das weiß man hier nicht man kann ja nur drei kriterien auswählen aber ich finde es eigentlich schon mal ganz gut dass das ganze design finde ich sowieso an der stelle echt mal super was mir so ein bisschen fehlt muss ich sagen ist dass hier oben beim beim clan wappen wo jetzt die 13 steht dass das nicht mehr dreht die animation fand ich eigentlich immer sehr schick aber man kann natürlich dann sehen wo steht der klaren denn eigentlich beziehungsweise wo spielen die im moment in gold liga 1 okay das konnte man halt vorher auch am zeichen sehen dass ich so schön animiert gedreht hat fand ich eigentlich ganz schick und und daher finde ich dieses interface hier schon mal wirklich wirklich gut auch was mein profil jetzt angeht ich habe jetzt keinen klaren das ist so hübsch weiß hier und ich habe scheinbar einen barbaren king den kann ich hier auch drehen wenn ich den anfasse finde ich ganz gut aber warum 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 eigentlich nicht die queen und warum nicht den worten wenn ich jetzt ein rathaus 11 und 12 habe da keine ahnung ich weiß auch nicht ob man das jemals wechseln kann der rahmen ist auch etwas zu groß der übertönt da oben die rahmen vom vom king und von der queen hier die rundung der rahmen sieht man jetzt nicht so also mal dass vielleicht nur anpassung ist aber nur schmuck am nachthemd also also design sachen dass ich die truppen hier jetzt gleich auf einem stück sehe finde ich auch sehr sehr gut bunt gemischt also vorher war es ja so ein bisschen so dass man die dunklen truppen von den normalen elixiertruppen so ein bisschen unterscheiden konnte anhand der range auch unten jetzt ist das so so mittendrin allerdings fehlt mir noch eine elixiertruppe nämlich der meiner und der elektro drache aber so finde ich das eigentlich dass das design finde ich in ordnung finde ich gelungen und es gibt glaube ich auch eine neue herausforderung hier beziehungsweise eine neue ereignis der routinier verdiene 5000 punkte in saison herausforderung okay die meisten haben das jetzt wahrscheinlich schon durch und können keine punkte mehr sammeln obwohl man kann ja noch punkte sammeln die zählen halt dann wenn man den pass schon voll hat voll hier rein und finde ich eigentlich ganz gut dass ja mal sehen 5000 50 1500 1000 keine ahnung wie weit das geht aber werden wir dann sehen also ich finde ich finde es eigentlich schon mal ganz schick hier was ich hier so sehe und ich kann mich natürlich jetzt auch mal beschreiben ich bin natürlich überfreundlich keine frage ich sehe gut aus charmant hat fehlt alles hier mehr shit es fehlt alles hier bin kein aktiver spieler ich bin nicht lehrer anfänger auch nicht veteran will ich jetzt auch nicht so sagen angriff amateur das trifft es eher glaube ich und ich bin ich naja okay da lüge ich jetzt mal so ein bisschen ich bin nicht wirklich täglich aktiv weiß ja egal weiß ja keiner weiß ja keiner also was hier jetzt vielleicht noch fehlt wenn man hier auf den stift klickt dass man hier so eine kleine eingabe vielleicht hat um sich selber noch mal kurz zu beschreiben so so nach dem motto bin echt toll und lasst mich bitte bei euch rein oder halt so freunde das fehlt jetzt gänzlich das kann man halt nicht mehr machen dass das die schaltfläche fehlt hier auch aber ich speichere das mag mal sehen ob ich gefunden werde klaren einladung kann ich auch ich möchte keine oder ich möchte welche ok ich möchte welche haben aber ich gehe jetzt gleich mal in den klaren de und dann gucke ich mal was ich da klaren seite ich so getan hat ok ich bin jetzt mal im klaren deutschland drin und habe mich mal zum lieder schlagen lassen danke dir mein lieber freund der bänder hat das für mich mal eingefädelt hier und ich glaube auch er hat jetzt schon mal an der hat sein profil auch noch nicht ausgefüllt okay ist auch dafür dann erst den bin ich aktiv bin nie im spiel und hol mir nie die liga weil ich hier nur ein platzhalter bin okay ist aber nicht so schlimm wir sehen aber dass wir hier beim klaren auch noch einiges machen können also alles andere ist so geblieben klaren vorteile et cetera da hat sich ja nichts verändert aber ich kann hier natürlich jetzt auch dass die ganze sache hier hätten für den für den klaren das heißt also klar kriegs flieger freundlich und entspannt okay im moment machen wir ja eigentlich gar nichts das heißt man müsste dann hier oh 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 das geht ja ganz schön tief ich glaube freundschaftskriege machen wir auch und oh man muss ganz schön weit runter hier aber hier fehlt jetzt auch irgendwas dass man im moment eher nicht aktiv ist gibt es gar nicht oder lässt man die dann ganz weg keine ahnung keine ahnung ob man die dann einfach ganz weglässt oder wie man das macht wenn man jetzt im moment gerade mal nicht so aktiv ist kann man ja auch früher konnte man ja im global schreiben ich bin im moment nicht aktiv weil ich im urlaub bin das sind so sachen die siehst du hier nicht also so nach dem motto ladet mich trotzdem ein ich spiele ja irgendwann mal wieder clash of clans aber okay ich denke wir gewöhnen uns sicherlich irgendwann an dieses design hier und auch an die handhabung der designs clan einladung nehme ich nach wie vor an und der clan hier nimmt das eigentlich auch an ja im moment ich habe einfach mal offen für alle gelassen ich denke mal da kommt jetzt sowieso keiner rein hier aber ich gehe hier gleich auch wieder raus aus dem clan denn ich möchte mich ja auf dem normalen markt auch präsentieren hier mit meinem profil also ladet mich ein wenn ihr einen angriffs amateur sucht der natürlich super freundlich ist und der täglich aktiv ist das natürlich gelogen aber egal dass das weiß der kleine nicht das weiß der kleine nicht steht ja nicht in meiner beschreibung drin okay was hat sich denn eigentlich noch getan im update selber gibt es jetzt hier einen verbesserten shop alt was ist denn hier los okay das ist bei euch wahrscheinlich alles farbig ich habe hier kein kein zahlungsmittel hinterlegt alter falter was gibt es denn hier hammer pakete schreibt man die kommentare ob ihr euch das die heftigen paket hier gegönnt hat mit den vielen vielen büchern ruhe des goldes buch der helden und ein heldentrank für 2 29 euro faires angebot glaube ich zumal das buch der helden 500 gems schon kostet kriegt man den heldentrank noch mit drauf ich glaube 2 29 ist schon könnte könnte an der stelle schon günstig sein denn 500 juwelen kostet ja habe kein zahlungsmittel kostet schon alleine dass das paket mit den mit den 500 juwelen das heißt also das paket was es jetzt im moment im angebot gibt glaube ich mit dem buch der helden ist ein ganz gutes paket wenn man darüber nachdenkt sich gems zu kaufen oder eher dieses paket weil man helden braucht aber da ist auch jeder anlass ich brauchst ja mit diesem account hier nicht was ich mit dem account allerdings brauche sind truppen und es gibt jetzt in der schnellen aussage alles weg shit funny farming alles weg jetzt wird die folge lang leute jetzt wird die folge wirklich lang denn funny farming ist das sieht bei mir ja mal so aus wenn immer zehn zwölf mauerbrecher mit und ganz viele kobolde aber auch das hat sich nicht verändert ich finde aber sehr sehr gut dass wir jetzt ein paar slots mehr haben hier denn ihr seht das hier ich hatte auch meine immer so ein bisschen bisschen beschrieben gohoc ich habe dann meistens noch so eine so eine armee hier so eine event armee beispielsweise event armee event armee und da packe ich dann immer so rein was ich machen muss oder man kann ja jetzt auch kann ich mir gut vorstellen hier sonne sonne oktober saison ist alles klar das hat sich auch ein bisschen verändert man kann ja hier anhand der events hier auch so ein bisschen bauen also ich muss irgendwas mit heiler bauen dann packe ich mir da so eine oder event armee rein oder saison armee was ich auch richtig schick finde erst mal das design ja dass ich ein bisschen verbessert hat was die anzahl der punkte die du jetzt noch hast also aktive herausforderung kann ich noch 2250 punkte machen da muss ich da muss man das nicht umständlich zusammenrechnen und 800 punkte kommen noch mal dazu aktiv erst in vier tagen finde ich gut finde ich sehr sehr gut diese diese änderung hier denn ewig immer nachziehen wie viel kommt wie viel habe ich denn bis zur nächsten belohnung wie weit geht der hier ok der geht auch noch nicht so weiter daran seht ihr dass ich auf den account ja so richtig hyperaktiv bin also der burner hier und dann muss ich nicht lange umrechnen sondern weiß aha alles gibt 2250 wenn ich jetzt mache ich müsste eigentlich klarkick mitspielen deswegen muss ich unbedingt schnell einen clan finden mal sehen ob ich das ein bisschen vor wie man das verschnellern kann dass ich ihn klar finde keine ahnung denn wenn ich leute finden will dann dann geht ja jetzt ein clan ein clan anführer oder ein vize geht jetzt hier rein mein clan und sucht neue mitglieder ja da kann ich jetzt natürlich sagen was suchen wir denn eigentlich ich suche hier leute die spielen die bauarbeit auf basis nicht akt diesen ich suche aktive spender täglich aktiv und wissbegierig so die suche ich jetzt mal da hat sich nicht wie nicht wesentlich was geändert die sind ja alle die haben ja alle keine schlagwörter und trotzdem finde ich die das natürlich auch ein bisschen komisch ob ich hier jemals auch welche finde die genau das haben hier das weiß ich nicht das weiß ich nicht wenn ich jetzt mal zwei abhaken und suche dann habe ich hier immer noch alles leer okay und die sind dann ja und die sind auch kampfkartoffel hier ist tatsächlich im kleinen klaren der patrick hier hat auch keinen klaren oder sind echt klaren lose aber ich hatte ich war auch schon auf welchen die klaren hatten und die lassen sich jetzt abwerben naja okay kommt leute noch ein bisschen clash of clans hier geht ja gar nicht dass wir hier nicht einen einzigen angriff machen da hat sich nichts verändert hier der loot ist nach wie vor genial hier und diese base ist noch genialer mit ihrer mit den wirklich fully maxed rathaus vier defensive jesus dort jawohl passt aber egal ist das ein bisschen laut glaube ich ne alter ein bisschen leiser machen gerade ich glaube das war gerade ein bisschen zu arg laut so meine mag er hinterher und was habe ich denn in der klaren burg okay das habe ich in der klaren burg alles klar egal der gegner hat aber auch was in der klaren burg meine meine lieblings truppe hier meine absolute lieblings truppe und alter das ist ja super laut ja 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 komm 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 mach mal den drachen da weg den mag ich ganz besonders den mag ich ganz besonders und so geht das aber hier ganz gut glaube ich durch die base durch wir springen da hinten mal nochmal aber ganz schön viel verloren hier sie muss ich gerade feststellen aber hauptsache kings rathaus noch okay ist jetzt aber ist jetzt aber auch heavy hier ne meine herrn habe ich erst so rumgeschärzt ne hahaha low base und dann kommt da plötzlich so ein heftiger drache aber ihr guckt mal meine golems da alle noch am leben einer jetzt allerdings gerade geplatzt und meine queen muss hier jetzt den rest machen allerdings so gut sieht das gar nicht aus wann zünde ich denn die miss es mal mein king ist noch ganz gut dabei also ich fände es auch gut wenn im profil bild mal die dame auftaucht das lässt sich vielleicht ändern irgendwann mal weil nur den king da was 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 soll das warum ist nur der king in diesem profil immer nur der king und nie die dame also wer jetzt ein skin hat den besonderen skin weiß ich nicht pecker skin oder so dann wird der angezeigt der aktuelle skin aber da kann man ja eigentlich auch der den skin von der bogenschützenkönigin einfach auch mal nehmen fände ich zumindest ganz schick wenn man das so machen kann und bin aber ich bin eigentlich ganz zufrieden was das update angeht was diese ganze suche reingeht müssen wir mal das muss ich erst entwickeln das muss ich erst mal entwickeln das ist ein neuland für uns alle und dementsprechend glaube ich ja es gibt ja vierfach sternebonus richtig vierfach sternebonus was kriege ich denn da eigentlich in meiner liga leute lohnt sich lohnt sich lohnt sich lohnt sich alter falter ok schnell ausbildung kann ich natürlich auch die wieder ausbilden kein thema weiter gibt es natürlich noch so es gibt auch viele viele kleinigkeiten in diesem update also lest euch die not in jedem fall genau durch und das was ich im moment nicht habe ich habe im moment keine klangkarre hier also was heißt klangkarre die die beutekarre hier die steht hier jetzt beim windigen händler links daneben also in deutschland die deutschland wird das ganz ganz besonders freuen weil in deutschland hat jede mülltonne ein fest zugewiesen platz und damit auch hier bei clash of clans jetzt die beutekarre finde ich sehr sehr gut muss sie nicht suchen muss sie nicht mit einer 500 gem teuren schippe irgendwo aus seiner base raus kratzen also das finde ich mal sehr sehr nice und es gibt auch noch ein paar kleinere änderungen im nachtdorf denn hier brauchen wir jetzt nicht mehr ganz so häufig reingucken damit die lager voll sind denn die fassen jetzt etwas haben jetzt etwas mehr kapazität hier und da muss man hier nicht alle zwölf stunden reingucken glaube ich sondern nur noch alle 24 stunden ich bin ja ein bisschen aktiv das seht ihr was hat man hier denn eigentlich noch ich habe gesehen in den einzelspieler mission wenn man jetzt mal ein bisschen weiter runter geht und möchte vielleicht mal eine andere machen weil zum beispiel die bowlingbahn dann steht da unten für diesen kampf solltest du mindestens ein rathaus auf level 11 haben okay also auch da er übrigt sich dann die frage viele haben ja mal geschrieben schafft man das alles als rathaus szene und so weiter ja das schafft man die endlich mal sicherlich aber an der stelle ist schon mal eine kleine warnung und muss man den agion rathaus 12 haben tatsächlich für die drachenhöhle muss man rathaus 12 haben habe ich alles noch nicht gesehen habe ich ja alles noch vor mir hier beim stürmischen zwischen dem stürmischen gewässer und dem brummenden berg also sehr schick ja ich bin wirklich mal gespannt wie das ganze weitergeht und wie uns das das halloween event hier vor allen dingen weiter begleitet hier ich will jetzt mal so ein bisschen die die königsgeister hier aus ausbilden und mal ein bisschen antesten und ich würde sagen wir sehen uns sicherlich in einigen folgen noch wieder um diese halloween zeit also da seid gespannt was es denn noch gibt und hoffen wir dass vielleicht noch so die eine andere kleine schwachstelle heraus gebügelt wird ich finde hier dieses hier finde ich schick und cool haben sie auch genauso beschrieben also das finde ich absolut in ordnung ob das jetzt so gut ist zum suchen oder nicht das weiß ich nicht ich gehe jetzt erst mal raus aus dem clan hier und sage erst mal möchtest du wirklich gehen ja ich möchte wirklich gehen und jetzt mache ich mich auf markt also wenn ihr mich finden wollt ihr findet mich täglich aktiv befindet mich freundlich und ihr findet mich als angriffsmaterial okay also ich muss ein bisschen klarkriege spiegeln hier damit ich das event noch voll bekommen mit den 15 stern ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen kurz und knapp und ich würde sagen wir sehen uns in frischen folgen übers wochenende bis dahin euer tuto bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal